Jo Freunde, wie geht's euch? Wie geht's euch? Hallo und herzlich Willkommen in einem neuen Video von mir. Was haben wir heute für ein Traumwetter? Ich hoffe, dass euch dieses Video heute mal wieder richtig motiviert. Denn heute wird's einfach zu heftig. Wir gönnen uns heute wieder die heftigsten Transformationen der Sascha-Army. Und das, Freunde, fühle ich immer extrem. Gänsehaut Feeling Level 9000. Also, macht euch bereit. Ich suche mir hier jetzt noch schnell ein schönes Plätzchen. Und dann, Freunde, starten wir los. Hier sieht's doch richtig chillig aus. Aber auch bei dem Baum dort wär's richtig gemütlich. Bleiben wir mal hier. So, da. Also mal, was uns da heute erwartet. Ich habe auf Instagram aufgerufen, dass ihr mir bitte eure ehrlichen Fitness-Transformationen senden soll, die ihr eben durch meine Fitness-Videos erreicht habt. Boah, die Sonne knallt hier runter. Und das eigentlich mitten im Winter. Es sind wieder mal gefühlt tausende Transformationen bzw. Nachrichten reingeflattert. Manchmal denke ich mir echt so, wirklich, Freunde, ob das überhaupt real ist. Also, ich produziere meine Videos hier am Dorf, wenn man so will. Ganz allein, ohne Kameramann usw. Und trotzdem gönnen sich Millionen von euch meine Videos. Und das ist einfach so abnormal crazy. Das geht eigentlich in meinen Kopf nicht rein. Das Ding ist aber, wenn ich ehrlich bin, dass ich den Hype, wenn man so will, hier am Dorf gar nicht mitbekomme. Denn hier kennt sowieso jeder jeden. Also, da hat sich nicht viel geändert. Aber starten wir mit den Transformationen. Ich glaube, wir machen uns jetzt einfach hier am Boden gemütlich. Gut, dann kann es ja losgehen. Schauen wir mal, was da los ist. Starten wir hier mit Thylas. Thylas9 ist 20 Jahre alt. Und er schreibt, ich mache regelmäßig deine Workouts. Und er hat das Training dann eben 8 Monate knallhart durchgezogen. Ja, in 8 Monaten ist definitiv einiges möglich. Vor allem dann, wenn man mit dem Training bzw. der Ernährung wirklich durchzieht. Was mit eiserner Disziplin wirklich möglich ist, das sehen wir genau jetzt. Holy Shit. Als erstes fallen mir direkt mal hier die Bartfliesen im Hintergrund auf. Das sind exakt die gleichen. Die Transformation ist definitiv real. Und einfach unglaublich heftig. Freunde, checkt das mal aus, was ist hier passiert. Außer den Bartfliesen hat sich da wirklich alles komplett verändert. Und ich lese gerade, bist der beste Fitness-Youtuber und eine Maschine. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber du bist jetzt mindestens so eine Maschine. Also weiter so und viel Glück dabei. Nicht die Motivation verlieren. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Transformation. Und zwar, hi Sascha. Im Juni 2019 habe ich angefangen mit deinen Workouts zu trainieren. Also vor gut 8 Monaten. Und er ist 14 Jahre alt und hatte da eben 86 Kilo. Und jetzt, Freunde, haltet euch gut fest, sieht er so aus. Also er ist runter auf unglaubliche 70 Kilo. Und ganz ehrlich, man er kennt dich fast nicht mehr. Dass du wirklich in diesem Alter die Motivation gefunden hast, deine Diät so durchzuziehen bzw. das Training, das bewundere ich. Vor allem, wie krass du einfach abgenommen hast. Ah, und auch du hast mir eine Nachricht hinterlassen. Und zwar, ich möchte dir unglaublich dafür danken, dass du mich zum Fitnesssport getrieben hast. Ja, getrieben ist wahrscheinlich wirklich das richtige Wort dafür. Und ich mich wieder in meinem Körper wohlfühle. Danke. Ah, das fühle ich einfach. Das fühle ich so heftig. Es geht weiter mit Alexander. Hier haben wir Alexander mit dem 68 Kilo. Und er hat eben zweieinhalb Jahre Vollgas gegeben, wie er schreibt. Zweieinhalb Jahre. Ja, es ist schon langer Zeitraum. Schauen wir mal, was da passiert ist. Drei, zwei, eins. Boom. Ah. Ich sehe schon, da sind nicht nur einige Tätowierungen dazugekommen, sondern vor allem auch eine richtige heftige Transformation. Also wie heftig hast du da hier Muskeln draufgepackt. Und trotzdem hast du hier eine sehr gute Definition. Man sieht es an der Brustmuskulatur, Schultermuskulatur, Bizeps sowieso. Auch das Sixpack ist richtig rausgekommen. Trockene Qualitätsmuskulatur aufgebaut. Perfekt so. Alex einfach weiter so. Mega. Mega, mega, mega. Das fängt ja schon gut an, Freunde. Und zwar, jetzt kommen wir zu Sven. Und zwar, Sven ist 16 Jahre alt und hat vor zwei Jahren mit dem Training begonnen. Also 2018. Ja, der war richtig motiviert, hat extra ein Vorherbild gemacht. Das habe ich auch mal durchgezogen. Das hilft einem wirklich so den Fortschritt zu sehen. Also ein kleiner Tipp am Rande, wen ihr jetzt vorhabt, da wirklich durchzuziehen. Dann macht ein Vorher-Nachher-Foto. Denn im Laufe der Zeit, ja, es geht ja nicht von heute auf morgen. Und dann sieht man es vielleicht nicht, dass der Bizeps oder so jetzt richtig krass wächst. Und dann motivieren so Vorherbilder immer enorm. Na gut, schauen wir mal, was du geschafft hast innerhalb von zwei Jahren. Ist auch wieder ein langer Zeitraum. 3, 2, 1. Bam. Ja, wieder zu heftig. Ich sehe schon, Sixpack krass, Bizeps krass. Einfach eine trockene Muskulatur aufgebaut. Auch der Rücken ist extrem gut. Heftig. Feier ich. Also ehrlich, Freunde, was will man innerhalb von zwei Jahren mehr? Es ist einfach ein perfekt athletischer, ästhetischer Körper. Sven, alles Gute weiterhin. Wir machen direkt weiter, Freunde. Und zwar, hier haben wir ein Fitness-Couple. Und zwar, durch deine Motivation haben meine Frau und ich 25 Kilo abgenommen. So, was mir gleich auffällt, die zwei sehen einfach unglaublich sympathisch aus. Ist doch so, oder? Und dass man das zu zweit durchzieht, feier ich nochmal krasser. Wieso? Weil dann müssen halt beide an einem Strang ziehen und das halt so in einer Beziehung. Das kann was. Das kann was. Da könnt ihr wirklich glücklich sein, dass ihr euch gefunden habt. Und zwar, Freunde, die beiden sehen heute so aus. Was ist das für eine Veränderung? Was macht das aus, wenn man einfach nur abnimmt? Ich finde das immer wieder zu crazy. Jetzt nicht nur vom Körper her, sondern auch vom Gesicht her. Wenn das Gesicht schmähler wird und so weiter, also jetzt optisch gesehen, ist das eine komplett krasse Veränderung. Also Hut ab. Ich ziehe meinen Hut vor eurer Leistung. Wirklich grenzgenial. Bleibt so wie ihr seid. Ich wünsche euch beiden das absolut Beste, auf das ihr heiraten werdet und 20 Kinder bekommt. Wir machen weiter mit der nächsten Transformation, Freunde. Und zwar, hier hat er am 4. Jänner 92 Kilo. Also wird wahrscheinlich ein Neujahrsvorsatz sein. Und bam! Einen Monat später einfach nur noch 80 Kilo. Also innerhalb von einem Monat 12 Kilo abgenommen. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Aber auch hier ist nur das Bett und die Vorhänge gleich geblieben. Denn der Rest hat sich komplett geändert. Das überschüssige Fett im Brust- bzw. Hüftbereich hat sich extrem minimiert. Wisst ihr, natürlich sind da jetzt nicht die krassesten Muskeln aufgebaut worden. Aber allein diese Leistung schon ist für mich einfach atemberaubend. Wenn ich so das Vorher-Nachher-Bild vergleiche, was innerhalb von zwei Monaten möglich ist. Ich glaube, das motiviert auch den letzten. Einfach genial. Und wir ballern es jetzt richtig durch. Wir machen weiter direkt mit der nächsten Transformation. Und zwar haben wir den 16 Jahre alten Justin. Er hat letztes Jahr im April angefangen, meinen Workouts zu trainieren. Und hat insgesamt 20 Kilogramm abgenommen. Und ich bin durch dich ein anderer Mensch geworden. Beste Grüße gehen raus zu dir. Aber jetzt bin ich richtig gespannt. Freunde, macht euch bereit. 3, 2, 1. Bam! Holy Shit! Innerhalb von einem Jahr von so einem Körper zu so einem Körper. Was will man mehr? Zu nice! Oh man! Yes! Es geht direkt weiter, Freunde. Und zwar mit Joel. Joel ist von, wenn ich das richtig lese, 156 Kilo auf 85 Kilo runter. Bei einer Körpergröße von 1,73. Also da sind 156 Kilo echt schon heftig. Er schreibt, er hat innerhalb von 1,5 Jahren 70 Kilo abgenommen. Derzeit habe ich deine Videos als Vorbild genommen, wie heute auch. Heftig. Und zwar, das war ja davor eben mit 156 Kilogramm. Also das ist natürlich heftiges Übergewicht. Mega, dass du dich entschlossen hast, da jetzt was zu ändern. Ansonsten weiß ich nicht, wie viele Tage du hier noch auf der Erde hättest sein dürfen. Weil das natürlich eine extreme Belastung für das Herz und so weiter ist. So, jetzt gut festhalten, Freunde. Am besten hinsetzen, damit es euch nicht umhaut. Und zwar, 3, 2, 1, Bäm. What the fuck? Dann noch die Arme, dann noch der Oberarm. 70 Kilogramm weniger. Ich pack das nicht. Was ist hier los? Schauen wir uns jetzt mal genau an, Freunde. Wir sehen hier mehrere Fotos. Also das ist dann schon heftig, weil sich natürlich die Haut irgendwann nicht mehr zurückbilden kann, wenn sie sich schon zu krass ausgedehnt hat. Hier sehen wir eben Fotos von der Operation beziehungsweise der überschüssigen Haut. Finde ich krass, dass du das einfach so teilst. Denn das würden sicher nicht alle machen. Aber das motiviert sicher viele, das auch durchzuziehen. Das zeigt einfach, dass es nie und wirklich nie zu spät ist. Dann schreib dir noch, Danke sehr, du warst beziehungsweise immer noch meine Motivation. Deine Tipps sind der Hammer und werde sie auch weiterhin umsetzen. Grandios. Freunde, jetzt mal ehrlich ein Realtalk. Und zwar bekomme ich sehr oft von Firmen vorgerechnet, welchen heftigen Umsatz ich machen würde, wenn ich nur ein Fitnessprogramm verkaufen würde. Und dann schreiben sie manchmal sogar noch so, ja dann kannst du dir auch einen Sportwagen beziehungsweise eine Rolex leisten und so weiter. Aber da muss ich ehrlich gesagt einfach nur schmunzeln. Denn was macht uns Menschen wirklich glücklich? Einfach so eine Uhr im Arm? Oder doch eher tausende Menschen, die einfach Danke sagen. Auch auf der Straße oftmals sogar weinend mit bewegenden Geschichten zu mir kommen, mich einfach umarmen und Danke sagen. Ich glaube zumindest für mich ist der zweite Weg der richtige. Und ich sage es nochmal ganz offiziell, es wird für mich kein Fitnessprogramm geben, solange ich nicht alles kostenlos für euch zur Verfügung gestellt habe, was ihr wissen müsst, damit ihr euren Traumkörper so schnell wie möglich erreicht. Ganz egal ob reich oder arm, ganz egal ob Schüler oder Unternehmer. Fitness ist für alle da. Punkt. Freunde, keine Ahnung wie viele Teile ich schon rausgeballert habe von den Transformationen meiner Zuschauer. Und ich könnte noch hunderte rausballern. Ihr seht es selbst in der Kommentarbox. Zehntausende von euch konnten bereits ihren Traumkörper durch meine Videos erreichen. Und das kostenlos. Das ist ja das Ding, was ich euch sagen möchte. Ihr müsst euch keine überteuerten Trainingspläne kaufen. Natürlich kann auch ein guter individueller Trainingsplan Sinn machen, Freunde. Versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte damit nur sagen, dass es auch möglich ist, den Traumkörper zu erreichen, ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen. Denn das, finde ich, sollte hier auf Fitness YouTube mal öfter gesagt werden. Was ich hier eben alle Zuschauer abzocken lassen. Aber wir machen jetzt weiter. Und zwar haben wir hier Aaron. Aaron schreibt, er trainiert seit genau einem Jahr. Und Aaron sieht ein Jahr später genau so aus. Einfach wieder zu heftig. Natürlich haben wir hier ein extrem gutes Licht. Aber man sieht es ja schon an der Muskulatur, zumindest am Sixpack. Auch hier wieder extrem heftig. Und das mit 13. Als ich 13 war, habe ich einfach nur am Gameboy Pokémon gespielt. Man sieht ja schon, wie extrem trocken er ist. Also eine unglaubliche Leistung. Vor allem für den Alter einfach zu heftig. Weiter geht's mit der nächsten Transformation. Und zwar der nächste Athlet ist 16 Jahre alt. Und hat schon mit 13 mit dem Training begonnen. Also hier haben wir eine 3-Jahre-Transformation. Achso, am Anfang schreibt, er hatte ja keine Ahnung von Fitness und so weiter. Und er schreibt, hab dann auf YouTube zum ersten Mal deine Videos gesehen. Und ich habe angefangen zu Hause zu trainieren. Ich habe nach ein paar Monaten schon krasse Veränderungen gemerkt. Gut, dann schauen wir uns mal deine Transformation an. Und zack. Ja, wieder zu heftig. Oh Mann. Der Trizeps ist richtig heftig. Aber auch die Schulter, beziehungsweise das Sixpack. Er hat ein richtig heftiges V bekommen. Perfekte Arbeit. Wir machen schon direkt weiter, Freunde. Jetzt ballern wir eine Transformation nach der nächsten raus. Und zwar haben wir den Ralf. Ralf ist 15 Jahre alt. Und hat am 01.01.2019 mit Fitness begonnen. Also etwas über ein Jahr. Und hat dank dir 12 Kilogramm abgenommen. Hier haben wir also ca. eine 1-Jahre-Transformation. Wartet euch gut fest, Freunde. 3, 2, 1. Bam. Wie heftig. Das erste, was mir direkt auffällt, ist hier die Prosys Unterhose. Und hinten der Motivationsspruch No Pain No Gain. Was für ein Ehrenmann. Was hab ich für eine Unterhose an? Alles klar. Natürlich hier Prosys Army. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Sascha 10 Riegel. Ralf, perfekte Leistung. Ich wünsche dir das Beste weiterhin. Wir machen weiter mit der nächsten Transformation. Und zwar, hier war er 16 Jahre alt und hatte eben 60 Kilo. Er schreibt, dass ich aufgrund meines alten Körperbaus des öfteren fertig gemacht wurde. Und heute von meinen neuen coolen Kollegen fast nur noch als Maschine angesprochen werde. Heute ist er eben 17 Jahre alt und hat 77 Kilo. Also 17 Kilo aufgebaut. Und er sieht heute so aus. Man merkt schon, das sind nicht 17 Kilo Fett, die du da aufgebaut oder zugenommen hast, sondern da ist auch sehr viel Muskulatur mit dabei. Einfach und perfekt definierter, symmetrischer, athletischer Körper. Unglaublich. Ich bin einfach sprachlos. Und er schreibt, mit deinen Workouts vor allem das 10 Minuten Bein-Workout und den ganzen nützlichen Infos, Kreativ und Rebrustberichte, wäre zu viel alles aufzuzählen. Hatte ich es zudem auch leichter, an meine Ziele zu kommen. Gruß und Kuss geht raus. Kuss geht raus, Bruder. Für deine R-Redaktionen und deinen Sascha 10 Code. Ja, natürlich sehr gerne. Wie es Bescheid, Freunde. Bei Prosys bekommt ihr mit dem Code Sascha 10 immer die meisten Vorteile. Und das wird auch immer so bleiben. Das verspreche ich euch. Natürlich habt ihr mit dem Code Sascha 10 nicht nur die meisten Vorteile, sondern ihr unterstützt auch mich dabei, dass ich euch alles weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen kann. Vielen Dank an dieser Stelle an die Ehren-Community. Also, Freunde. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und Supplements braucht, ihr findet Europas günstigste Supplements unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code Sascha 10 gibt es nicht nur 10% Rabatt, sondern jede Woche 100 Euro Gewinnspiele an jeden von euch, der bei Prosys mit dem Code Sascha 10 bestellt hat. Noch dazu extrem viele Gratisprodukte, welche das sind, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ja, und Gratisversamm, Prosyspoints und so weiter, da gibt es auch viele weitere Vorteile. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr auch meine Supplements und das sind nur Supplements, die auch wirklich was bringen. Es gibt bei Prosys ja nicht nur Supplements, sondern auch richtig freshes, hochwertiges Trainingsoutfit und Trainingsequipment und tausend andere Produkte. Also, check gerne mal Prosys aus. In diesem Sinne, Prost. Wir machen weiter. Weiter geht's mit Manuel. Manuel ist 19 Jahre alt und hat eine 9 Monate Transformation hingeklatscht. Und zwar, Manuel sieht heute so aus. Was ist hier wieder los? Auch hier sieht man die extrem trockene Muskulatur. Einen sehr guten Oberarm, auch noch eine sehr stabile Schulter. Einfach richtig an Masse zugelegt, aber natürlich auch an sehr viel Muskulatur. Und jetzt kommen wir jetzt zu einer Transformation von einer Athletin. Und zwar haben wir hier eine 6 Monate Transformation. Ich frage mich gerade, wenn du so gestartet hast, was da jetzt die Transformation dann noch sein kann. Was kommt da jetzt auf uns zu? Gut, hier haben wir noch ein zweites Vorherfoto. Also, was ist hier los? Ist das wirklich nicht das Nachherbild? Gut, dann checken wir jetzt mal das Nachherbild aus. 3, 2, 1. Alles klar! Also das Sixpack ist definitiv richtig krass geworden. Also extrem definiert. Das ist jetzt aber schon ein extrem heftiges Sixpack. Ich meine, das könnte auch das Licht sein. Aber nein, ich glaube, das ist auch im normalen Licht so heftig. Heftig, also da kann ja nicht mal ich mithalten. Ja, zu krass. Ich bin einfach wieder mal komplett sprachlos. Zu lesen bzw. zu sehen, was meine Videos bewirken, ist einfach die beste Motivation, um weiterhin hochqualitiven Content für euch rauszuballern. Ich sag's euch, wie es ist. Was sagt ihr zu den Transformationen bzw. hast du auch schon eine krasse Transformation hingelegt? Schreib es mir gerne unten in die Kommentarbox. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe auch, dass es euch motivieren konnte. In diesem Sinne. Macht es gut! Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Euer Sascha. Peace!